5.933. Das ist die Zahl, die leider sehr hohe Zahl von Corona-Neuinfektionen an diesem Sonntag. Das ist der höchste Wert, der jemals gemessen wurde. Und das ruft natürlich auch den Gesundheitsminister auf den Plan, nämlich Rudolf Anschober. Er bezeichnet die aktuellen Zahlen als besorgniserregend. Er hofft natürlich, dass die Zahlen nach unten gehen, wie wir alle natürlich. Und er sagt, in den nächsten Tagen müssen und sollten die ersten Maßnahmen dieses Lockdown-Lights auch spürbar sein. Sollte das nicht der Fall sein, dann wäre man gezwungen, weitere Verschärfungen hier auch umzusetzen. Ja, jetzt ist es ja so, dass damit gerechnet wird, dass seit Beginn des Lockdowns nach 10, 12 Tagen, also um den 10., 11., 12. November herum, die Maßnahmen greifen sollten. So lange wird man sich wahrscheinlich noch Zeit lassen, um zuzuwarten. Aber wenn wir dann tagtäglich wieder Zuwächse haben und 5.000 oder 6.000 oder noch mehr Neuinfektionen, dann wird der Gesundheitsminister handeln und dann wird hier wohl auch nachgeschärft werden. Anschober selbst, der hat nicht gesagt, was genau geplant sei, aber es ist wohl davon auszugehen, dass es hier mehrere Optionen gibt. Zum einen einmal ist es durchaus möglich, dass die Schulen vielleicht doch geschlossen werden, denn bis dato haben ja nur die Oberstufenschulen und auch die Universitäten momentan geschlossen. Die Unterstufen und auch die Volksschulen haben geöffnet. Wir haben ja auch zuletzt gehört aus der Stadt Wien, dass Kinder eigentlich kaum von dieser Krankheit betroffen sind und dass Kinder nicht diejenigen sind, die die Krankheit auch weiter übertragen. Man möchte natürlich verhindern, dass die Schulen hier zumachen, um auch nicht die sozialen Kontakte der Kinder hier einzuschränken. Eine weitere Maßnahme könnte sein, dass der Handel vielleicht geschlossen wird. Am gestrigen Tag, am Samstag, gab es einen richtigen Super-Einkaufssamstag in diversen Einkaufszentren. Auch hier ist es möglich, dass es hier zu Schließungen kommen wird, auch vielleicht bei Friseuren und dergleichen. Und die dritte Maßnahme, und das wäre eine Neuerung gegenüber des ersten Lockdowns, wäre überhaupt die Ausgangsbeschränkungen zeitlich zu erhöhen. Momentan ja erst ab 20 Uhr bis 6 Uhr in der Früh. Und es ist durchaus möglich, dass man auch hier die Ausgangsbeschränkungen erweitert, zeitlich oder auch aufgrund der Maßnahmen. Aber all das steht noch aus. Anschober selbst, der appelliert übrigens auch, wenn man in Alten- oder Pflegeheime geht, um Angehörige zu besuchen, sich am besten vorher entweder testen zu lassen oder wirklich alles dafür zu tun, um andere Personen nicht anzustecken. Und er appelliert auch, die Stop-Corona-App zu installieren. Eine App, die ja auch immer wieder kritisiert wurde. Aber Anschober spricht sich einmal mehr dafür aus, alles allerdings auf freiwillige Art. Und Weise. Und mit diesen Informationen wieder zurück ins Studio.